Herzlich Willkommen euren Freunde Yo, what's up babe Mute ich mich und dann müsst ihr mir antworten bitte Ja ok, aber jetzt an dem Mute Ich kenn die Map nicht So Among Us Heute sind wir mal mit einer ganz anderen Gruppe Hier im Spiel geschehen drin Mit dabei sind Chibet, Toten Toten war auch letztes Mal drin Der spielt hier ex Phoebe Luke, ach ne Luke ist nicht Ruben und Yasuke Ich glaub der heißt Alex oder sowas Warte wohl, muss ich? Ich muss hier irgendwo hin Ach nein, nicht das Hier wieder Heute guck ich außerdem nebenbei Amazing Spider-Man Teil 2, Rise of Electro Läuft gerade auf Vox Ja toll ne Die anderen, die spielen zur Zeit leider LOL, die machen da bei so einem Turnier Da mit und ja Sollen sie das machen, ich spiel hier mal mit denen Mal gucken wie es So geht Die sind glaub ich noch ziemliche Anfänger glaub ich Aber ich bin auch noch ein Anfänger Deswegen kein Problem No problem Oh Was haben wir hier Schnell 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 0, 9 Wow, er tötet mich Als ob das, doch hat er gesehen Sehr gut Hallo Ich war in der Cafeteria und hab so komische Kabel verbunden Okay, ich war ganz ruhig Ich war ganz ruhig Ich hab Ich hab Ich hab in Cafeteria auch Warum ich Warum ich Nee Ich bin schwarz Und grün Und grün sagt Grün hat mich beschuldigt und hat Sam self-reported No Ich skippe Nee Ich bin aus dem mit randoms ja Es ist Ich bin aus dem mit randoms ja Es ist Oh mein Gott Hä, wieso jetzt grün Nein Ja grün hat gesagt Er hat mich gesehen wie ich ihn gekillt habe Schau was in den Post Ja Ja schau Ich hab dir recht Okay Hörte sich selber Was Alex Okay Er reportet mich ja Und er fliegt dann raus Das ist ja ein Witz Ein Witz von einem Imposter Aber Phoebe ist das glaube ich Meine ich gewesen zu sein So Mh 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 Biung Leute ne Ich möchte mich schon mal entschuldigen ja Ich hab nicht gesehen dass sich jemand hier Böses Schimpfwort nennt Ja ich Ich distanziere mich davon komplett ja Ich Nehme dieses Schreckliche Wort auch niemals in meinen Mund Deswegen schäme ich mich tatsächlich ein bisschen Dass der jetzt hier mitspielt Das ist wahrscheinlich das kleine Kind Yasuke Aber ich bin mir nicht sicher Leute Ich bin mir nicht sicher ja Don't hate me Hate him Thank you very much So Da hat Phoebe wieder zuschlagen Was heißt das? Was passiert? Du musst zu dem roten Pfeil laufen Wo ist der Pfeil? Ja ich komm Ich bin sogar beim Pfeil Du eine Pfeil Ne das büßt schon auf der falschen Seite 3 8 1 6 4 3 4 4 4 5 4 5 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 4 5 5 5 5 5 5 Es ist nur noch ein Imposter Also können wir ganz skippen Ne die haben mich alle gewohnt Ja die haben mich alle gewohnt Lass skippen Ja die gehts skippen Und nichts Schau ich dicker Ich kann das nicht machen. Warum hast du nicht gevotet, du Pisser? Ja, er hat schon gevotet. Okay, alle wieder voten. Machen wir zwischen nicht auch mal was sagen? Hey, ich bin tot durch das gefehlt. Hey, ich bin tot durch das gefehlt. Lul, rest in peace, effen chat. Wtf, dieser Junge, ey. Nämlich auf dieser Map zurecht zu finden ist schon ne Herausforderung. So kann ich tapen. Ja, richtig, trotzdem. Trinker easy. So, ich hab meine Aufgaben gemacht, Leute. Viel Spaß. So, wo ist denn der Ex? Tutti. Frutti. Wurde ich gewendet. Lass es wenden. Äh... Ja, dann wenden ich... Warte, bevor ich einmal Imposter bin, könnt ihr mir sagen, was kann der und wie spielt man den? Also, ich sag's dir. Du kannst, als Imposter kannst du Leute töten und Sachen sabotieren. Also, sabotieren kannst du mit Space und dann, weißt du dumm, dann kommen diese fetten Pfeile. Weißt du meine? Dann kannst du sabotieren und dann müssen die Crewmates das fixen. Ah, okay. Und sowas wie gerade, wo dieser Sauerstoff kaputt war. Ja, zum Beispiel, du kannst auf der rechten Seite von der Map, kannst du jemanden töten, dann links sabotieren, dann rennen alle rüber und niemand merkt, dass du's warst. Halt das zum Beispiel so. Was? Was? Äh... Ich glaube, ich hab's ungefähr verstanden. Der war nicht Imposter. Ich schwör auf Gott, es hat so ausgesehen, als wäre er aus dem Wend gekommen. Okay, aber... Dann kannst du wenden. Oh Gott. Dann kannst du wenden. Oh Gott. Und wenden. Komm ich hier rein. Ich glaube, jetzt bin 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 ich hier rein. Was ist das? Genau hier. Hier siehst du dieses graue Dach da. Da das? Ja. Ja. Leuchtet ist bei dir rot. Nein. Weil sonst kannst du da reinwenden. Kommt wieder Krieg zu machen. Ja. Weil dann kannst du wenden und ein bisschen durch die Map. Ich bin verdächtige Tobi. Also im Schach. Also Alex vertraue ich. Ja, ich... Tobi verdächtige ich. Ja, ich... Jalla Hub, wieso hast du im Emergency Meeting gemacht? Ah, er hat geschrieben. Weil du hast gesagt, er ist gewendet. Er ist nicht gewendet. Wir sind in deinem Leben. Du brauchst nicht schreiben. Ja, du brauchst... Ja, echt so. Es tut mir leid, der nicht, wie man gesehen hab. Nee, du hast dich nicht versehen. So haben wir einen rausgevotet. So haben wir einen rausgevotet. Und dann bist nur noch du am überlegen. Und dann hättest du gewonnen. Ganz kurz. Was macht es für einen Sinn, wenn ich Impostor bin und sage, dass jemand gewendet ist und... Dass du weniger killen müsst, weil du der einzige Impostor noch bist. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber bist du jung, da steht, dass er nicht der Impostor ist und dann weiß jeder, dass ich der Impostor bin. Ja, weil du gelogen hast, dass er rausgekickt wird. Richtig, wir wissen jetzt auch, dass du der Impostor bist. Das ist ein Loob. Das ist ein Loob. Das ist keine Ahnung für dich. Okay, okay. Keine Ahnung für dich. Keine Ahnung für dich. Aber Alex, Alex hätte mich so gefickt, wenn er jetzt der Impostor ist. Okay, wenn Alex ein Impostor... Nächste Runde ist das Alex in mir wohnt. Ehrenlose Pisser, Digger. Aber wir haben gewonnen. Schau, XTV, Noob. Ihr seid so blöd. Was? Was? Ich wusste es. Ich bin der Schlaueste. Okay, okay, okay. Oh, die Runde hat auch gebockt, oder? Ja. Okay. Andere. Moritz hat mich eigentlich getötet, oder? Ja, du hast mich als zweites, glaub ich, getötet. Elf ein Chat für Moritz an der Stelle machen. Hm, dein Dings wird direkt gekauft. Wo ist denn Moritz gleich am Anfang ausschalten, wenn er ist zu gut in dem Spiel? Ja, aber das Problem bei mir ist, mir glaubt niemand. Ja, aber ich f***ing sass an der Snowcap. Reden wir ein bisschen... Ja, ich konnt nicht reden, ich war direkt tot, Junge. Den hat in der letzten Zeit niemand gefunden und ich hab mich so weit weg gewandet, dass der Verdacht komplett nicht auf mich gefangen hat. Ja, aber dein Traitor-Kollege hat's ja nicht gefunden. Oh, ja, der Traitor-Kollege hat's ja nicht gefunden. Ja, der Traitor-Kollege! Hä, nachdem ich in Bank gesprungen bin, hat er instant reportet. Keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Weiß nicht, ich bin Camouflage. Ich seh nie was. Hä? Wo bist du, Yoshi? Weiß ich auch nicht. Hä? Ich bin Jäger, schau mal, mit meinem Maschinengewehrhut. Was für ein Maschinengewehrhut. Ich bin Wüsten-Sahara-King. Weil ich einen Hut hab, wo du Sahara gehst. Man nennt ihn auch Sahara-King, man. Yallahab. 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 Was ist überhaupt passiert? Yallahab. 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 Ne, keine Ahnung. Mach mal Player Speed auf Max, bitte. Achso. Nein, nein, nein. Ich dachte ich soll Play drücken. Ich dachte ich soll Play drücken. Safe nicht auf der Karte. Ha, 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 ha. Okay, gut, allem mute, allem mute. Shut up please. Tobi hab's vorhin mit anderen gesch- Mim- Alle mute, Tobi. So, wir warten jetzt bis da jemand drinnen geht. Was ist der auch nicht? Sieht da mal jemand? Ich gucke. Ich gucke, ob da noch jemand lebt, Baby. Ne, da ist niemand. Okay, Glück gehabt. Glück gehabt. So. Dann wollen wir mal. Taxi ist da. Wir gehen erstmal hier hin. So. Oh Gott, hier ist da überhaupt niemand. Weiß ich nicht. Kannst du noch nicht sagen. Ah. Mal gucken. Okay, die sind hier zu mehreren. Ah, er ist nur da. Oh, 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 oh. Oh. Fail. Fail, fail, fail. So. Oh Gott, ey, ist das spannend. Oh Gott. Oh mein Gott. Bloß weg. Was ist denn da bloß weg? Oh Gott. Äh. Also, noch? Da ist noch jemand. Alter, hier sind ja überall welche. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Hat jemand zu leucht? Wer ist tot? Ähm, ich war, ich wollte gerade den, emergency call wieder machen weil es war zu lange nichts ich habe ich habe gemacht aber dann wollte ich habe verbinden ich kann ich kann ich war verbunden ich war in office heißt es glaube ich da habe ich ein upload gemacht ich stand an der tür zum garten ding da und hab mein ding da ein kabel verbunden und davor kam ich aus wie heißt das storage und hab da kabel verbunden ich war doch beim start der schiff und hatte schildkröte repariert im moritz ja ein bisschen sass dass du nicht reden ja ich habe geschrieben damit auch alle wissen weil sie noch ein anderer ich war bei mir bei den snack automaten unten rechts du bist elegante ja ich mach mal es geht es sind drei leute schon tot ja eben wir müssen wir müssen früher immer müssen wollten toby ja wir müssen we have to ich habe ich habe gewonnen ich kann nicht mehr umboten den hässlichsten armen genommen die erlaubt ich habe no one hey du wichser mein name ist wunderschön ich mache ihnen den report ich mache hinsen report teil okay aber ich gehe jetzt erstmal hoch und mache meine kabel das sind drei sekunden leon ist es herzlicht ausgemalt ich muss jetzt endlich ach so ich muss so zwar eben hier hallo granger wie mache ich das muss ich diesen klickst auf die blumen und danach kannst du die einzelnen blumen anklicken dann wachsen die er will so wie viele menschen okay wo wir nun so werden gar nicht reden sollen weil wir haben wir helfen zu holen weil wir wenn es ein doppel kill geht dann der bestellen ist es vorbei nein dann ist ja ich vertraue ich mal an ich sage jetzt mal dass no one ist dann mache ich das auch mal naja das einfach nur und keine ahnung ich mehr aber wenigstu ist schon ein bisschen aber nur wo er hat die leise gefunden leute ich wollte vor keinem du bist der wohl immer kicken ich meine ich bin safe ich bin safe ich habe die lights gefixt ja ich auch was ich bisschen weird fand bei no one ja nachdem ich die lights nachdem die lights gefixt waren ich eher noch stehen geblieben ich hab's gewusst aber ich hab's gewusst m 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 ich sehe so wie blau dorthinläuft und denke mir so ja okay chill, blau läuft hin. Ich habe mich einfach auf die Leiche draufgestellt von Tobi. Hättest du genauer hingeschaut, dann hättest du die Leiche auch gesehen. Ich habe dich nur hinlaufen sehen. Ich habe dich nicht dort gesehen, ich habe nicht hingeschaut. Das war lustig. Moritz hat den Squat verraten. Nee, ich habe auch meinen Traitor-Kollegen rausgevotet. Aber dann musste ich leider meine eigene Haut retten.